Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von Lolli Brese und der großen und wunderschönen Lat Herzer vom Platz in Drevenack bei der großen Trust Drevenack. Mittwochabend, Flutlichtduell auf einem riesen Platz hier, wirklich Wahnsinn, wie groß der Platz ist. Lolli Brese wieder auf der Bank, Mannschaftsaustellung gerade schon gemacht, Top 11 wieder. Ich gehe davon aus, dass wir heute hoffentlich den Sieg einfahren können und uns weiter oben festsetzen können, nachdem wir im Spitzenspiel das 0-0 gemacht haben. Zu Drevenack, Drevenack 13. Platz, bisher 6 Punkte aus 7 Spielen meine ich, also 2 Siege geholt. Einmal gegen Krechting, die stehen auch unten drin und gegen noch irgendjemand, ich weiß es gerade nicht, darf man nicht unterschätzen. Die haben auch nur 2-1 gegen Viktoria verloren, da haben wir ja zum Beispiel 5-1 auf den Sack gekriegt. Ja, mal schauen, mal schauen, vor allen Dingen auf dem Mittwochabend, im Flutlicht kann immer alles passieren, aber wir werden uns mal Bestes geben und gucken, dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen, weil wir haben gleich noch einen schönen Mannschaftsabend, Freunde, da freuen wir uns drauf. Lasst gerne ein Like, da kommentieren, abonnieren, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vlog. Let's fucking go! So kommt man zum Treffen. Hi. Hi. Ja, ich bin da irgendwo hin. Die freuen sich auf uns, die Gegner. Ja, das ist auf uns, die ganze Dusche. Da wollen wir ja auch duschen nachher, oder? Nee, sonst hast du die ganze Kabine voll. Hier, hinten, da. Da ist es. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich mach da mal zu. Ich schwör, die denken, wir ziehen hier ein. So, wir die... Ich hab das, was ihr? Hier geht's heute Abend los. Hast du Bock Philipp? Ja, auf eine rote Karte. Rückkehrer, nach vier Spielen Sperre. Heute ohne Karte. Wir brauchen dich, Junge. Sehr gut. Der Rasen, ich guck mal einmal. Ist gut, ist sehr nass. Da macht sich eine lange Grätsche sehr gut. Aber auch nicht zu tief, finde ich. Er ist relativ fest. Muckelig? Hallo, Urlauberts. Familie Brux ist wieder zurück. Ich höre, Oli kommt aus dem Urlaub. Direkt gebe ich dir die Anweisung. Die Bälle über den Rasen, damit die nicht so dreckig in den Sack kommen. Was ist hier los, Alter? Chris! Heute wieder sein Verziehertor, ne? Na ja. Der Kreis steht schon. Die Jungs sind schon heiß. Und ich auch. Baldi steht schon beim Schiri. Aber ich sehe keinen Gegner. Schmeiß dich an, da kommt sie raus. Komm. Der Schiri hat gesprockt. Der Wind hier gut pfeifen. Da brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Einfach Schnauze halten. Fußball spielen. Wir haben gleich eine geile Planwagen vor uns. Fahrt vor uns. Aber ich muss wirklich sagen, wer jetzt hier auf diesem Platz heute Abend keinen Bock hat auf Fußball spielen, der kann auch aufhören mit Fußball spielen. Flutlichtspiel. Nasser Rasen. Kein Regen. Gute Temperaturen. Geile Truppe auf dem Platz. Geile Truppe auf der Bank. Und wir auf dem Platz haben die Verpflichtung von vornherein 100% zu geben, damit auch unsere Kameraden auf der Bank schnell eingewechselt werden können. Damit die noch 20 Minuten spielen können. Und dann geben wir heute Abend richtig Vollgas. Ich habe richtig Bock, Männer. Ich hoffe, ihr brennt genauso. Wir können hier nur drehen. Kommt da. Auf geht. Auf geht. Auf geht. Auf geht. Auf geht. Auf geht. Anstoß. Let's go. So. Ja, aber gut, gut. Ja, das ist nicht der Roboter, sondern, boah, ich bin richtig so zurückgegangen mit dem Zoom. Sehr gut. Nein, dann ist Ruhe! Ja, top. Nimm mich mit. Jawohl! Ab, ab, ab! Ja, hab ich nicht drauf. Oh, 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 oh. Hab ich nicht drauf. Fehlpass von Daniel. Direkt in die Beine des Stürmers. Also, wir kriegen immer Tore, die kann ich gar nicht eierahmen. 1-1. Dummer Fehler. Ja, Jürgen! Platz, Platz, Platz! Rian! Ja, schade, Merkner! Boah, ist richtig so. Oh, Mann, das war der Trauer bleibt drin. Ab und hier, ziehen Sie jetzt schnell in die Mitte! Stell in die Mitte, unterstütze! In die Mitte! Links! Rück drauf, Platz! Rück drauf! Da war aber auch schütze. Rück du! Komme! Gut zu links! Übelste Parade von Felix. Leider nicht drauf. Halbe Stunde gespielt, Philipp. Was sagst du? 1-1 verdient bisher? Ja, ne? Gerecht. Eigentlich nicht. Eigentlich 1-1 verdient, aber ich glaube, wir tun uns ein bisschen schwer auf dem Platz. Ich fand Revenack jetzt bisher noch nicht so schlecht. Die machen wir ganz gut. Auch viel mehr langweilen, aber... Wenn klappt. Heute ein Eheringast. Spiderman! 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 Ja, warte! Boah, hör! Boah, Bruder! Hallo, guten Tag! Franzi Ekel? Nö, ich mag spinnen. Ecke! Hallo! 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 Ich würde quale in die Bereich, aber nicht specification. Glockenläuern sein! Na, daneben, daneben! Glockenläuern! Geht der Ball! 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 Kevin Schuch, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ab für erste Halbzeit. 1-1. Ich habe gehört, hier gibt es eine Halbzeit-Show. Wie wird die denn aussehen? Vor einer Mittellinie wäre am nächsten an einer Fünferlinie. Ja, genau. Also quasi Fünferlinien-Polo. Ich sehe gar nicht, wo die ist. Soll ich anfangen? Ja, der ist nicht schlecht. Der ist schon, aber der ist hinten. Der wird weggecurlt. Der liegt drauf. Niemals. Ja, hat er gesagt. Wir haben noch einen. Der nächste, Jonas Möh. Also Philipps liegt drauf, ohne Scheiß. Philipps liegt wirklich drauf. Aber du kannst ihn wegschießen. Schieb ihn weg. Der knickt einen raus, oder? Nein. Nein. Let's go. Der geht vorbei. Der ist nicht weit genug. Der Avi ist nicht weit genug. Jetzt muss ich auch noch einen reinhauen. Und ich habe noch keinen Ball heute am Fuß gehabt. Einfach irgendwie. Ist doch egal wohin, oder? Aus. Auf die Linie. Wie soll ich den denn auf die Linie kriegen? Ich sehe den nicht mal. Der ist wirklich auf der Linie. Glückwunsch. Danke. Was sagen Sie zum Sieg? Übrigens, du bist ja der Halbzeit-Show-Meister der letzten Saison. Du hast die meisten Halbzeit-Shows gewonnen. Ja, genau. Das ist meine Hauptaufgabe in diesem Verein, in dieser Mannschaft. Und ich muss sagen, ich habe letztes Jahr eine Great-Saison gespielt. In der Halbzeit-Show. Hier ist meiner übrigens, Jungs. Das sollte nicht sein. Aber mit Kamera in der Hand, wie will man auch. Halbzeit-Fazit kurz. 1-1 steht's. Schwierige Anfangsphase. Der Drehbilder ist eigentlich relativ gut gestartet, muss ich tatsächlich sagen. Wir gehen auf jeden Fall früh drauf, pressen. Ist gar nicht so verkehrt. Wir haben schnell 1-0 gemacht dann. Leider blöde Gegentor. Individueller Fehler von uns. Müssen wir verhindern auf jeden Fall. Danach, ja relativ ausgeglichen, sag ich mal. Vielleicht leichte Vorteile für uns. Hätte gerade vielleicht noch 2 Routre angeben können. Also eine auf jeden Fall bei Finderfoul. Das war auf jeden Fall eine. Hat er sich auch für entschuldigt, da er das nicht gesehen hat. Weil so hat der Torwart außerhalb mit Hand angefasst. Hat der Schiri auch nicht gesehen. Hat sich für beides entschuldigt. Kann man nichts machen. Es ist Kreisliga. Wir haben keine Linienrichter. Ja, als Finn lag, hatte ich kurze Warnachphase schon. Ich bin jetzt schon kaputt. Zweite Hälfte geht gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir holen das Ding noch nach Hause. Wir wollen schön später im Planwagen. Also die Jungs wollen schön später ein paar Magen saufen. Mannschaft kehrt zurück auf den Rasen hier. Bälle sauber machen, ja, ja. Start, zweite Halbzeit. Jetzt drehen wir das Ding hier. Weg. Weg. Nee. Scheiße. Wie, was macht der denn? Hättest du den gemacht oder was? Hätt ihn gemacht. Füb sie in den Sturm. Was ist jetzt nicht? Test drin. Alter, wad. Kostet. Ja! 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 Boah! 25 Minuten noch, 20 Minuten. Lonnie Brese keinen Einsatz heute. So Knie-Schmerzen, Alter, geht gar nicht. Und das ganze Spiel ist auch richtig... Also wirklich... Ich war nur Drevenack hier am rumschweinen. Naja, naja, mal gucken. Ein schnelles Törchen und dann sind wir wieder im Spiel. Aber das muss erstmal fallen. Ja, mindestens. Ja! 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 In der Reise heute. Abendmannschaftsabend, Alter. 12 Minuten. Jungs, kommt vor! Ja! 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 Nein, ne? Ja! 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 Ja, 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 ja. Da kommt nicht mal aus, das Tor schießt ja immer hoch. Komm Jan, komm! Ja, Jungs! Spielende. Kann man jetzt sagen, warum wir das Spiel verloren haben? War das jetzt ein Grund? Haben wir irgendwie eine komplette Sache falsch gemacht? Ich würde das gar nicht mal so sehen. Ich muss einfach sagen, dass mannschaftlich geschlossen zu wenig war. Ja Freunde, wir sind hier nach dem Spiel. Der Planwagen ist da. Nur der Sieg nicht, den haben wir verpasst. Ich habe gehört, am Ende war ein 4-2 glaube ich. Wenn wir verlieren, kriegen wir immer richtig auf den Sack. Ich habe nicht gespielt, mein Knie ist beim Warnmachen irgendwie instabil, keine Ahnung. Ich werde gleich verletzen, wenn ich nach Vorbereitung muss ich mal gucken. Guck mal, wir gehen jetzt noch rein hier. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Wenn es gegen Schwellen geht. Da gilt natürlich wieder das gleiche. Neuanfang und der Sieg. Deswegen Leute, danke fürs Zuschauen. Kommentieren, abonnieren. Ihr habt es gehört. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittagern, was auch immer ihr gerade habt. Haut rein Leute, ciao, ciao! Da nämen Sieg! 10 Jahre Conference! Untertitelung des ZDF für funk, 2017